Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Das Jahr neigt sich dem Ende zu, deswegen möchte ich mich auf jeden Fall noch mal bei euch melden, bevor das neue Jahr beginnt. Ich möchte euch einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen, Gesundheit und ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage gehabt, also Weihnachtstage. Ich leider nicht so ganz, weil ich habe leider zu tief ins Glas geschaut und war demnach der zweite Weihnachtstag komplett tot. Naja, das muss auch ab und zu mal sein. Einmal im Jahr kann man sich sowas erlauben. Ja, wie soll es weitergehen jetzt im nächsten Jahr? Ich möchte auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr rausgehen, sag mal jetzt, wenn es ein bisschen wärmer wird und euch da natürlich auch gerne mitnehmen. Deswegen, ihr seht, da auf der Seite, da steht meine Canon R6. Also demnach filmt mich jetzt im Moment was anderes. Könnt ihr mal raten, was es sein wird? Ich werde das dann in nächster Zeit auf jeden Fall auflösen. Ja, und ich möchte euch dann, wie gesagt, dann mitnehmen und damit wir da gemeinsam noch mal ein bisschen mehr aktiv werden. In den zwei, knapp zwei Jahren, wo ich jetzt YouTube mache, für Fotografieren. Vorher habe ich ja für Stampfen hier Videos gemacht. Haben wir mittlerweile 92 Abonnenten. Dafür möchte ich erstmal recht herzlich Danke sagen. Ich sehe auch, dass die Zugriffszahlen schon merklich nach oben gehen. Leider bleiben da nicht allzu viele Abonnenten bei übrig für mich. Vielleicht mache ich da irgendwas falsch. Vielleicht muss ich da noch was ändern. Oder die sind so ungefähr wie ich, weil ich schaue YouTube-Videos auch selber nur am Fernseher. Und da vergesse ich dann öfters mal den Abo-Knopf oder den Daumen hoch zu drücken. Weil das ist natürlich gerade bei YouTube, wenn man klein ist, sehr wichtig, um da nach oben zu kommen. Auch natürlich Kommentare. Ja, aber ich bin trotzdem sehr dankbar und freue mich, weil das ist für mich hier alles nur ein Hobby. Das ist nicht mein Beruf oder so. Von daher freut mich das natürlich sehr. Ja, ansonsten habe ich dieses Jahr dann halt gewechselt von Fuji auf Canon. Der Schritt, muss ich sagen, war für mich das Beste, was ich bisher gemacht habe. Fuji ist kein schlechtes System, nur halt für Wild Life. Nicht wirklich zu dem Zeitpunkt, wo ich gewechselt habe, nicht wirklich zu gebrauchen. Wie es jetzt mit den neuen HS2 oder wie auch immer die heißen genau ist, kann ich nicht beurteilen und will ich auch nicht beurteilen. Ja, auf jeden Fall die Tieraugen-Autofokus-Erkennung und Objekterkennung und sowas von Canon ist wirklich sagenhaft. Auch wenn ich nur mit EF-Objektiven arbeite. Äh, also das ist wirklich der Wahnsinn. Und ich bin wirklich sehr glücklich, den Schritt gemacht zu haben. Sicherlich hätte ich gern lieber die R5 gehabt, aber die war dann halt preislich doch etwas zu hoch für mich. Ja, ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ja, auf jeden Fall, ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt alle gesund. Ich denke mal, wollen jetzt nicht zu lange werden. Ist ja kein besonderer Inhalt bis auf den Neujahrsgruß. Von daher würde ich sagen, beenden wir hier das Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Bis im neuen Jahr. Bye, bye und ciao.